Ich hätte den Ding geboren, ey. Ganz alleine. Ja, hast du ja nicht. Hätte ich aber machen sollen. Mein, das ist so scheiße. Wie der aufsteht, sich aufsteht, sich hinlegt, aufsteht, hinlegt, aufsteht, hinlegt beim Schießen. Nur damit er einen Vorteil hat im Kampf. Was durfte man? Weil der auch total logisch ist, in der Realität. Das machen die ganzen Soldaten ja auch, wenn sie im Kampf gefeckt sind, aufstehen, hinlegen. Naja, aber so ein kleiner Realitätsansatz wäre ja nicht verkehrt. Ne, das ist nicht so was anderes. Dann hör auf damit. Ne, nur das mit dem Aufstehen hinlegen nervt mich. Die Verzögerung müsste viel größer sein. Größer denn die dumme Sauer, da hat er sich hoch hinlegt. Die wird jetzt quasi einen cool Down dazwischen haben, dass die wird halt die Sonne unterbrochen machen. Ja, das ist mir ein vernünftiger Ansatz. Na, sag ich doch. Dass der halt, weil der kann ja nicht beim Liegen, ich meine, der kann Chuck Knows vielleicht, ja. Oder Arnold Schwarzenegger, aber... Ne, das ist mir nicht vielleicht. Der kann Chuck Knows nicht auf alle Fälle. Naja, Chuck Knows kann es auf alle Fälle. Ach, an dem Scheiß, Tom Hawks, du Bastard drin. Ich hab bei dir landen, du Hure. Mann, du fopsierst. Ja, natürlich, das ist klar, du dummes Arschloch, ey. Jetzt, wann ist denn hier die Lobby gefüllt, Mann? Dauert ja ewig. Gar nicht mehr. Erlebt die Führer, oh. Versteck mich jetzt hier in meinem Bunker. Hier ein Herz, ich gar mischt. Mann, ich hab ja eine kleine Position hier. Die ist ja mal mega. Ja, ist klar, genau. Der ist aber auch ein Nummer Bastard. Ich lehne die Waffe schon auf. Der kriegt eine Kugel nach der anderen in seinen Schädel reingedrückt. Ist ja ja all. Ich werfe die Granate dann alle Seelenruhe rüber noch. Dann hab ich einfach. Dann landest du. Naja, den klaut mir natürlich irgendein anderer Bastard. Warte, war ich bestimmt. Nee, glaub ich nicht. Wer denn für den hässlichen blauen Skin vor der Bastard? Der hat bestimmt alle Battle-Passe sich gekauft. Geh rauf hier. Kommst hier nicht rauf. Was ist das für... Wie lange dauert denn das hier, Alter? Ach ja, die Lobby füllst ich halt nicht. Ach ja, hinter mir jetzt. Natürlich, klar. Ach, der war auf einmal dann oben. Genau in dem Moment, wo ich runterspringe. Natürlich, war wieder klar. Ich hab die Lobby noch mal verlassen und noch mal Nordisch rufen. Vielleicht besser. Ja, ich bin wahrscheinlich noch mal da. Ich bin in der Asie da. Ah, gut. Ja, nee, dann gehen wir runter. Das ist ja... Das ist ja ein Affisch. Ich hab noch schnell was zu trinken. Ein Gläschen noch Wind. Na? Die wird halt Urlaub, ja. Ja, wir haben Urlaub. Ach so, ja, gleich. So. Na, dein neuer Versuch. Schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Funktion durchkommt. Funktion knuckle. Ja, mach doch. Ja, ey. Ja, 10 Leute noch. So 13. Der Fall ist näher sich. Schwer für Granate! Was war das? Hier wird auch Gegner angezeigt. Auf meiner Ebene hier. Wo soll der sein? Hier haust du. Gott, du Buhre. Ich hätte dich gehabt hier noch, du Arsch. Ist doch da, Alter. Gut. Nun gut. 10.000 kostet das, ja, so eine Versorgungskiste. Jo, 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 jo. Na gut. Wo war er denn hin? Fetter Kreis auf jeden Fall. Schnell in die Sicherheitszone. Downtown, oder? Storage Town, ja. Ach ja, komm. Storage Town, ja. Das ist ein Scheiß, alles. Das ist ja kein... Das ist nötzl. Jedes Mal kann man hier Storage Town. Jedes Mal ist das Scheiß. Ich hoffe, überhaupt nicht. Jedes Mal. Das ist ein großer Einkaufszentrum. Da sind wir jetzt irgendwie viele Leute da. Nein, das ist nicht. Storage Town sind diese kleinen, diese kleinen Garagen-Dinger da. Ach so. Wo die... Das ist ein Scheiß, alles. Was du meinst, ist das Einkaufszentrum. Wir landen auf unserem Lieblingshochhaus, haben wir lange nicht mehr gemacht. Hier. Warte, nee, da. Warte, guck. Oder nur. Da. Wir in Bewegung. Hä? Da da. Aber hat das doch eben gepinkt, ey. Dann hast du die wieder weggenommen, jetzt. Entpinkt. Lapide Entpinkung. Nimm die Waffe, sag ich hier. Das bist du. Gott sei Dank. Hau die andere Waffe. Ja, hau die andere Waffe. Ja, hau die andere Waffe. Leidings. Hallihalöchen. Was ist das denn? Hau die. Hau die mich ab, du. Na, hau mich ab. Haut mich ab, du. Haut mich bloß nicht ab, ey. Haut mich bloß nicht ab, du. Ach, ja. Hier noch eine Platte. Ich sei mich hier schon mal ab. Kabel wird bereits verwendet? Nein. Das heißt, hier unten ist einer. Hä? Ich wollte mich abseln, da stand Kabel wird bereits verwendet. Und du warst es nicht. Aber hier ist auch niemand. Ich habe mal eine Gasmaske, geil. Kabel wird bereits verwendet, steht bei mir aber auch da. Das ist halt ein Bug. Ich bin nämlich nicht dran. Mach mal nochmal. Beim zweiten Mal ging es dann bei mir. Ja, naja, jetzt bin ich jetzt mal unten. Schritte? Ich bin da hoch. Also. Du bist jetzt dran. Ja, ich halte mal. Ich war deutlich, wenn ich auf der Kasse zu erkennen bin. Ja klar, aber ich dachte, du bist oben noch. Wie schnell warst du denn jetzt unten? Weil eben sitzt ja noch das Abkaufs nicht runter. Ach, dann ging es doch wem. Und da haben wir dann, hast du ja unter uns verstanden. Nicht so weit voneinander entfernen, hier wieder. Nee, doch, doch. Du bist nur ein paar Meter in Abstand. Nee, doch. Das ist vermutlich gar nicht so verkehrt. Sonst sind ein paar Bede in den Raum, dann kommen sie von hinten und töten uns Bede und geh mal. Ich gehe hier mal rein. Hast du, ich muss noch looten? Das ist ein kleiner Geil, ich bist da. Das ist ein kleiner Geil, ich bin der Arsch. Ich habe noch nicht einen Dollar gefunden, krass. Ich auch nicht. Ich bin fit hier ordentlich, du auf jeden Fall. Na, dann loot mangelt es nicht. Ich glaube, ich habe hier auch eine Gasmuske gefunden. Aber Geld, ich habe noch nicht, ich finde kein Geld hier. Jetzt würde ich aber doch mal zu dir kommen, weil 100 Meter sind schon ganz schön viel. Soll ich wenigstens hier nicht und sonst verlieren. Nee, nee, ich habe ja auch immer noch ein Auge getroffen. Ja. Bin ich doch? Achso, na gut. So, da bin ich hier. Ich habe noch nicht einen Dollar gefunden. Immer noch nicht. Jetzt halt mal weiter von. Welche Richtung muss man eigentlich in die hier tendenziell, okay. Müssen Richtung Stadion, wenn man... Ah, dann passt du doch hier raus. ...in die Zone wollen. Ich gehe mal von der Seite irgendwie hin. Wenn du willst, kannst du ja hier vorne rein. Ich gehe vorne rein. Ist das nicht das Haus, von dem wir gekommen sind? Oder sieht das nur genauso aus? Ach, na, das ist das. Ja, stimmt. Voll geil. Na ja, gut, dann sind wir halt weiter. Hier können wir rein. Platte, ich habe fünf. Ich habe drei, aber behalt deine erstmal. Ja, was ich erwarte hier. Na ja, gut, danke. Ich gehe da vier. Ich gehe nochmal hier an die Ecke rein. Hier ist noch eine Kiste. Da haben wir noch eine Kiste. Ein bisschen Kohle. Da haben wir noch kein Geld. Da habe ich eine Drohne gefunden. Oh, Entschuldigung, ich bin ausversichtlich an den Trigger gekommen. Ach so. Oh, Mann, Eck. Ja, schon, sorry. Da drücken wir halt nicht hoch raus. Ja. Das hatte ich noch nie, dass ich so lange kein Geld finde. Mach dir keine Platte. Mach dir mal keine Platte, du. Da hast du auch kein Geld drin. Okay, cool. Ich gehe mal nach oben. Jetzt du einen Kopfgeld auffragst, den sollten wir uns vielleicht holen. Geld. Jetzt hast du das Geld natürlich eingesammelt. Okay. Obwohl liegt der Vorstand eigentlich. Na ja, egal. Das ist ja unser Leben. Und es ist ein bisschen weiter. Es ist ein bisschen weiter weg. Ja, das ist aber auch ein downturn. Praktisch. Ich gehe mal hier runter, wo wir hier sind. Das ist sowieso nicht eine schlechte Idee. Ich bin unten auf der Straße wegwechselt mit Haus. Hm, komme gleich nach. Hier hinten drin. Hier ist gar nichts. Oh ja. Oh ja. Sehr ja. Scheide, der müsste Strafschützen gewähren. Na wahr. Achso, wir rennen aus der Zone raus hier, ne? Achso, ne. Das ist ja ein Albern. Dann können wir erwarten. Vielleicht kommt der ja einfach, Rorat. Vielleicht läuft der uns ja in den Händen. Hat der auf Geldauftrag. Wer kommt? Achso. Na, wenn ich der dritte Zwerg komme? Aber irgendwie auch. Unser Team-Mate. Ein drittes 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 Team-Mate. Ganz gerne. Da können wir noch hier oben. Da geht's hier außen. Die Außentreppe. Wir haben ein größeres Dach. Die diversen zum Beispiel mit dem Haus. Ja, genau hinter dir hier. Hier geht's hoch. Die Treppen. Und von hier vielleicht. Oh, Geld. Oh, ich hab Geld gefunden. Na, ist ja toll. Vielleicht außerhalb der Zone, aber das machte der ja nichts. Weil wir sind hier nicht hoch im Dach. Nee. Ich glaube, wenn wir nach ganz oben wollen, müssen wir hier durchs Haupttor hier unten. Ach, hier ist eine Leiter. Dann geh ich jetzt hier unten rein. Achso, ist aber außerhalb der Zone. Ja. Ich geh mal hoch. Machen wir noch ein bisschen Zeit. Oh, komm schon. Oh, ich hab Angst. Ja, ja, jetzt kannst du, jetzt kannst du. Ja. Ja. Wenn nicht, springen wir halt vom Dach runter, dann. Wir haben ja noch Zeit hier. Eben. Deswegen. Und wir haben ja wieder eine Gasmaschine. Eben. Eben. Stimmt, hier haben wir ja unend. Sonst ist hier aber gar nichts. Ach, weise. Oh, das ist geil. Das ist nichts. Ach, wir haben eine Masse. Wir haben eine Masse. Das ist Zeit. Masse ich Zeit. Hier war nochmal Geld. Ineal. Planate. Leider kein Thermalvisier, aber dann macht er erst mal nix. Auf jeden Fall sind hier noch, warte mal, ich hab ja eine Drohne bei. Das werde ich mal machen. Verbündetes persönliches Radar über uns. Mal gucken, wo wir denn hin können. Mal gucken, wo wir denn hin können. Mal gucken, wo wir denn hin können. Hier sind Gäner. Hat er die jetzt markiert, dann automatisch? Siehst du irgendwas auf der Karte? Ich kann die nicht markieren. Also nicht auf der Minimap. Ne, ich seh nix. Leiplein. Ich bin gerade da. Da nehme ich. Müssen wir nicht mehr vor. Und da. Nein, glaube ich, da hinten irgendwo. Wo war man dann lang? Wollen wir links am Stadion vorbei? Oder direkt aufs Stadion und uns da lang schlängeln? Erstmal auf irgendein anderes Dach jetzt wieder. Ja, wir werden aufs Dach gehen. Bin unterwegs. Das ist Orangen, nütter? Ja, oder schaffen wir es aufs Blaue rauf? Blau. Wo ist denn Blau? Schaffen wir das? Ne, das schaffen wir nicht. Wir sind fast gleich hoch. Dann müssen wir das. Dann lass uns da runterspringen. Gut. Oh, voll der Käfer. Ach. Also Knallkäfer wieder. Ja. Gut. Wunderbar. Ja, schon die hoch. Ich hab noch ein Geschütz dabei. Das können wir auf der Hauptstraße aufstellen. Und dann kann sich da einer ranstellen. Raumwohnmäßig. Ja, und uns damit am besten selber. Das wäre doch eine gute Idee. Downton ist oft immer ruhig, wa? Komischerweise. Guck mal hier oben lang. Auf jeden Fall ist es nicht abgestripert. Okay, wir müssen weiter. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das ist ein Auftrag. Guck mal. Kopfgeld. Nehmen wir mal an. Oh, der ist im Gas drin fast. Der Typ. Das ist ja gut. Vielleicht kriegen wir dann gleich Geld. Ja, guck mal, da fliegt einer. Ich hab markiert. Der muss von da oben runtergesprungen sein. Oh, der ist gerade wieder aus dem Ruder. Oder so. Da hinten laufen sie. Kontakt! Da laufen sie. Stadion lang. Ich stand mal. Ah, die sind aber gerade um die Stadionecke rumgehuscht. Warte. Na gut, von hier aus können wir nicht mehr aufs Dach fahren. Ne. 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 Du. Dann müssen wir am Stadion lang laufen. Oder hier kreuz und quer so ein bisschen. Ja, stimmt. Aus Westen wird geschossen. Ja, unser Kopfgeld bewegt sich auch Richtung Kreis. Der müsste da irgendwo sein. Da läuft einer. Aber ich schieße mal nicht. Kontakt! Ich bin schon wieder auf. Fein. Ich hab ein Ziel markiert. Oh, die Gasbeutel kommt. Wir müssen... Ach so. Ja. Oh, ich hab mir die Beine gebrochen. Hilfe. Nein. Ich bin jetzt schon unten. Wo bist denn du? Schnell. Also du mit... Oh nein, ich schaffe ich nicht mehr. Schnell, du hast doch eine Gasmaske. Ich mach ja schon. Oh. Also du mit deinem Bein brächeln immer, ey. Du hast... Oh, ey. So, jetzt schnell. Naja, dann lass uns hier unten am Stadion lang. Müssen wir ja jetzt... Oh, ey. Nein. Nein, hier geht's nicht lang. Hier. Ah, ich bin jetzt schon links lang gelaufen. Jetzt müssen wir uns trennen. Das schaffe ich nicht. Zurück. Ach, wann, ey. Weil ich nicht immer Spaß bin. Mach's ruhig. Wie hast du denn da die Beine gebrochen? Schon wieder ein. Ich hab ein Ziel. Ich denke mal nicht dran rechtzeitig, dieses Scheiße zu öffnen. Du scheiße da drin. Hier unten geht's durch. Ansonsten rastig aus. Ja. Ohne, Kacke. Geht's hier durch? Ja, sonst wird's schon ausgehört. Ja, ja, hier geht's durch. Hier geht's durch, ja. Die ist sogar ein. Ich hab' mal ein Ziel. Sehr gut. Und ich hab' endlich mal Geld gefunden. Guck mal, wir können hier vielleicht sogar am Rand vom Stadion bleiben. Auf der Treppe hier. Oh, dann können sie nicht von hinten kommen. Oh, Auftrag gestartet. Der ist gleich neben uns hier. Kommt da an. Ah, der rennt in den Kreis rein. Achtung, das Gas. Nein, ist okay. Alles gut. Bist du reißen? Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Ja, aber ist hier noch. Da drüben können wir das nächste drin, setzt die dritten draus. Mit deinem Stumpen da vor mir. Okay, lass mal hier durch, Robi. Mit deinem Stumpen, was für'n Stumpen, Alter. Wovon redest du? Mit deinem Bein da, mit deinem Schrottbein. Das läuft so, Technik. Sieht aus, einfach nur wie so'n Metallstumpen, Stumpen. Cyberpunk. Das ist mein Taktik-Sprint schon wieder aufgebraucht, oder was? Das ist denn das, ey? Was holst du denn hier da? Eine Selbstwiederbelebung? Äh. Ne. Ich hab aber eine geholt. Ich hab ja noch eine Gasmaske. Ja, du bist nur ein Typ. Ich hab ja noch... Ich hab ja noch eine Gasmaske. Ich geh mal kurz hier rein. Hier ist noch eine Kiste. Oh ja. Eine MP. Das ist doch schon mal besser. Gut, gut, gut. Warte mal, wo bist du? Ich hab dich verloren. Hier, hier. Ach da. Ich komm mal jetzt auch. Bin unterwegs. Da hinten ist ein Gegner. Der Koffker kommt uns auch wieder näher. Er rennt uns quasi hinterher. Ich guck mal hinter uns. Ja, mach mal. Das Gas schließt sich da gerade. Du wirst von einem feindlichen Team verfolgt. Sei vorsichtig. Ich werd geerbt. Ist aber gelb. Die Bedrohung. Das heißt, die müssten, wenn die mich jagen, müssten die sich Richtung außerhalb der Zone bewegen. Ich weiß nicht, ob man das macht. Die Zeit ist um. Ziel nicht erreicht. Gut, hier kommt keiner mehr. Da hinten ist ein Schauschützer. Der Gulag ist abgeregelt. Bereich gesichert. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Da ist der Schauschützer. Da ist der Schauschützer. Wir kommen in dem Haus da drin. Hier oben ist ein Truck. Wir müssen eh hier hoch. Wir könnten uns den theoretisch... Warte mal, kommen wir hier irgendwie hoch? Hier kommen wir halt überall nicht hoch, ne? Ja, doch. Wir kommen hier hoch. Guck mal. Gute Idee. Ah, ein Truck erregt aber jetzt auch eine Menge Aufmerksamkeit. Ja, ich weiß. Aber der könnte uns am Ende vielleicht noch helfen. Wenn wir jetzt... Das ist halt die Frage. Ab in die Sicherheitszone! Oh, hoffentlich kommen wir hier hoch. Ich teste das mal, bevor wir dann hier nicht mehr ankommen. Sieht nämlich nicht so aus. Alter, er kommt partout nicht hier rauf. Ey, jetzt kommt hier hoch. Dann würde ich jetzt mal hier außenrum weiter. Ey, es nervt. Ich muss jetzt mal bei uns unten vorsichtig sein. Oh. Es kommt ja schon. Ach ja. Ach ja, super. Na geil. Ich bin die Gasmaske und dann hoffen wir jetzt mal, dass wir jetzt durchwirken. Eine Straße gefunden. Das wird ganz eng. Das wird ganz eng. Ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Das wird Gas. Das wird Gas. Die sind dann einfach nicht tot mit der Waffe. Die sind bescheuert. Mann, ey. Ah, genau. Für die falschen Richtungen entschieden. Scheiße. Ich kann ja keiner ahnen, dass du da 100 Kilometer außen rumlatschen musst, ey. Bist du jetzt vom Gas gestorben? Ja. Vom Gas noch. Ach, Mist. Wir waren jetzt drei. Wir haben alle drei. Wartet mal. Hm. Ich habe dich gesehen. Du warst zwei Meter vor mir. Was? Ich erinnere mich. Meine Gasmaske, die war ja schon nicht mehr ganz voll. Deswegen. Gucken wir noch ein Rundchen? Ach, ne. Geht ja schon los. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Oh, ja.